Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge von TheBattleCats. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir wollen jetzt im Speed-Up ein bisschen die Mission machen. Grönland ist das Erste. Uuuuh, interessante Musik. Sehr interessante Musik. Schicken wir erst mal einen Ninja-Cat vor. Ja. Schauen wir die Titan-Cats hinterher. Oh, Hoppele-Häschen. Wie süß. Dann müssen wir gleich mal die Ninja-Cat hinterher schicken. Gegen rote Anemies ganz gut. Ah, so machst du schon viel mehr Laune, wenn das so schnell ist, oder? Früher ist an, ey. Easy, Russian-Emeral-Titanen durch. 18.000 Leben hat das Ding. 16.000, 14.000, 13.000, 11.000, 10.000, 9.000, 8.000, 7.000, 6.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000. Und weg damit. Zack. Inferior Santas Beard. Nice. Eine neue Katze wartet darauf, aufgerüstet zu werden. Wir haben eine neue Mission. Erledigt. 32. Stage. Grönland clear. Jetzt haben wir die 39. Stage. Das ist eine neue Mission. Recruited Gamatato Assistant. Das kann man Assistant. Das ist Gamatato Assistant. Ah, okay. Das können wir nicht beeinflussen. Müssen wir warten. Ob gerade. Eine neue Speziale Kat. Die Doomcat. A quick attacker and strong against red enemies. Alles klar. Ist mir aber tatsächlich egal gerade. Muss ich gestehen. Wir brauchen nämlich noch etwas. Kanada. Das sind wir schon in den USA. Nice. Wir brauchen auch Inferior, aber leider nur das Bronzeabzeichen. Superiors, glaube ich, das Gute. Dieser Speed Up, den muss man immer wieder aktivieren. Das geht mir voll auf die Eier. Ah, sorry, Leute. Ah, ich muss daran denken. Ich muss daran denken. Wir müssen auf. Wir müssen ihn ausrüsten. Wir müssen ihn aktivieren. Ich will es aktivieren. So nervig. Wirklich. Das ist ultra nervig. Bam. Aber schöne kleine Hoppel in der Häsin gibt es ja auch. Interessant. Ich habe mir jetzt bei Grönland, glaube ich, die Dings nicht angeschaut. Das Gebäude. Wir haben ja für Wasserfälle nahe. Sehen wir da. Oder viel Wasser auf jeden Fall. Aber Kanada und viel Wasser? Das hätte ich jetzt wie Grönland er gedacht. Ich liebe es, dass der einfach so einen Damage raus hat, die Titan Cat. So geil. 800. Sie hat einfach draufgeschlagen. Ich kriege einfach mal wieder 20.000 Erfahrung. Das ist so cool. Oh, Kanada haben wir geklärt. Kriegen wir ein Item. XP 11.000. Nice. Wo noch was? 5 Ketchups received. Nice. Nämlich auch mit. 58.000 hat es auch gerecht. Ja, 50.000. Easy. Mythical Titan Cat. Lord of Destruction. Area. Extreme Attack. Power and Health. Holy moly. Hört sich das jetzt böse an. New York. Let's go. Werden wir in New York abschnetzeln? Herrlich. Da ist ja, wie das aussieht. Vor allem dieser gelbe Schimmer da auch noch. Der war aus dem richtigen böses Monster. Boah, Bruder. Nee, da will ich wieder was anderes haben. Das sieht echt grauenvoll aus. Das sieht total schlimm aus. Proton Katze ist jetzt nochmal. Sätzen weiß man aber immer die Freiheit promotional. Tod. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Zwei davon okay. Ja, böse, böse, böse. Genau und links dazu packen Ich gedacht dass sie so stark geworden sind sehr interessant warum die greift die ganze noch als aoe an Meine eile hat gerade keine chance anzugreifen Da muss ich schon mal titan ran Wenn man dann speichern gut ist nicht schnell gekillt Da kommen wieder zwei robben das wir das gleiche thema Das sind wir kurz 21.000 erfahrung super musical received was ist ich wollte den treasure skin Ja die gehen da werden wieder stärker das heißt ich muss wieder leveln das ist wichtig Kommt das hier nicht das muss ich hören das muss ich hören Wichtig dass ich mehr leben bekomme und das ist auch wichtig dass ich mehr gegner geld bekommen für das besiehen den gegnern Increased attack power auch wichtig Also schrott Das ist wichtig Wenn wir noch hinkriegen aber erstmal geht es weiter auf zum bermuda dreieck Gott gibt mir das auf die eier dass das nicht dauerhaft anders Oh man oh man oh man Wenn man das bermuda dreieck das sind abgestürzte flug Flughäfen abgestürzte flugzeuge Und bermuda dreieck verschwindet ja immer mal öfters vieles Warum auch immer ich war ich hab das das immer noch nicht so richtig rausbekommen warum Sieht voll scheiße aus Ich habe lieber meinen anderen gerne zurück Auch schon was rotes Das ist nämlich Ich bin ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich habe mal maximal cash gerade bekommen habe Das ding hat einfach 20.000 leben alter da muss er mal mit titanen ganze 20 mal drauf hauen Und das ding zu besiegen ist ja gar nicht möglich absolut an balance Voll ungefähr so muss man ja so oft angreifen Hala nichts bekommen schade Das erste was ich machen werde ich werde immer hier drauf dringen aber ich habe leider dummerweise tatsächlich keine energie mehr Lass uns bermuda noch mal machen Bermuda war das was ich brauchte was wichtiger oder was brauchte ich hier wichtiges gerade also wichtig ist Nicht dass wir das hier bräuchte Norwegen und United Kingdom mehr katzen leben Das sind sieben stück das ist egal Norwegen und United Kingdom Beides habe ich nicht Dann geht es auf zu United Kingdom let's go Dann kann man nämlich noch ein Friendship Wollte ich schon sagen Ein Laddership machen Schicken wir erstmal das hier aus So Die So Da noch hin Da 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 Die gross cat Die lichert Nein eigentlich gross cat Äh den opa latin Da hat die titanen dazu Noch mal da was Fliegenden Dida 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 einfach voll die arme sau oder ich was nachkommen schon sei nicht so unfair zu mir wir sind bei neun minuten jamaica let's go 40 energie warum bin ich so ein idiot warum vergesse ich das denn jedes mal warum ist das nicht standard bin sich immer an jamaica peace bro alles easy ich will immer speed up haben immer das nervig das kängur hat mir hier ne ne jamaica war das davor war kängur ich weiß ob sie es ja auch kommt als normaler gegen das kann aussehen warten wir mal ab ich glaube da kommt nicht großartig was oder sieht nicht danach aus 40 energie muss ich dafür bezahlen da brauche ich 40 minuten ein führer ist wieder nur bronzina das ist so anlag ich kriege erfahrung 13.000 muss ich noch sniper die kette ich bekommen war keine tickets das ist ärgerlich bedauerlich kung fu cat kein fall auf multiple enemies at once wegen our attack logisch wir haben 106.000 erfahrung ja lass doch das erhöhen oder wacke cat wallet und erst mal das was ich überhaupt nutzen werde das erstmal die die ich in nutzung habe verbessern axel habe ich gar nicht daran interessant hat auch die große 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 kette sexy lex cat ja bird cat nutze ich aktuell weniger aber sollte ich vielleicht nutzen oder und lass das mit dir aufrüsten tief cat sexy lex cat sexy beine so so wichtig speed up aktivieren auf zu kolumbien das wieder nur 30 energie kostet ok let's go jetzt sind wir in südamerika übrigens kleinen exkurs hier in geografie abzuhalten kolumbien ja kaffee scheinbar das hat sexy lex starke beinchen wenn immer mehr und immer mehr geld machen ich weiß noch gar nicht wie die erfahrung noch brauchen werden scheinbar ich weiß nicht keine ahnung wenn wir alle katzen maximiert haben brauchen wir sie nicht mehr gute frage für die erfahrung war noch wieder brauchen können superior coffee beans let's go auf zum nächsten wichtig speed up an brasilien 35 energie let's go naja gleich am anfang wollte ich meine ninja katze raushauen eine fiefkette wo waren zwei text dafür jetzt schon heftig nein er hat meine ninja katze gekillt mein tippes katze ein bisschen unser geld vorrat aufstocken damit wir das geld halten können wir besiegen und vereinheit nach zu produzieren falls wir bräuchten so gut so gut so gut so gut ist wieder ab vielleicht bekam start das muss ich dann alles noch mal ohne euch machen alle mission alle alle ohne speed up argentinien 40 energie wieder let's go alles sie kommen die kommen aus einem schritt raus so was aber auch muss ich noch ein bisschen stärker machen die wollen hätte nicht mehr also die schon aber ich glaube die dinger dann habe ich auch hätte nicht gewonnen hätte ich gewonnen dann hast du dich an kannst du noch mal setzen aber ich genug geld hat er geld haben schon richtig aber ich glaube hier kommt da kein boss gegen war sie alles in ferrier beef wir haben argentin geklärt gehen noch mal katzenfutter 50 stück und 45 stage klären wir haben noch glaube ich einer offen aber das war noch mal ganz kurz die die bis katze aufrusten 92.000 können wir das machen 80.800 oder höher heftig machu pichu Ich habe gelernt Machu Picchu gab es nämlich einen bekannten Berg Ich glaube ja So na dann Ich denke hier wird wieder ein riesen Boss Gegner kommen Aber wir hatten gerade Smetbo oder? Oder war das vorher gewesen? Oh, Känguru wieder Mark-Uwe ist Känguru Ja, haut rein Brauchen wir einen neuen Titan Die gehen gut ab, die Gegner Die Kängus machen Damage Und zwar richtig viel Jetzt kommt leider noch ein Infante daher Die konnte ich bisher immer gut ausweichen Oh, easy Sehr gut 25.000 Erfahrungen Haben wir noch genug Energie für noch eine Na, zwei noch Ostisland? What? What? Dann lass uns noch Beides brauche ich ja noch mal Lass uns das noch klären Vielleicht kriegen wir hier noch die Marke Wäre ganz nice Schau mal wie einfach wir jetzt Oder wie leicht Was für leichte Spiele wir jetzt haben Wenn wir uns so krass aufgerüstet haben Gerade unsere Ninja Cat Wie einfach das jetzt wird Ich werde glaube ich jetzt keinen Brauche ich einen Titan Ich weiß nicht genau Der ist so langsam Also wir haben nur 8.000 Das passt schon Ich glaube nicht einfach nur Ninjas und Die Giraffenkatze da Posten Das passt schon Denke ich Ich habe noch gar keine Aufgerüstet Nichts bekommen Das ist so ärgerlich Das ist so ärgerlich Und nervig Leute Nervig Wolle Ein bisschen Erfahrung Für die Ninja Cat Effektiv Das falsche Aber lass noch die Speziale Kit nach die Ninja Cat Aufrüsten Ich glaube das ist ganz okay Ninja Cat Wird zu einem Ninja Frog Cat Alles klar Wollen wir noch was Was wir aufrüsten können Ja Bird Cat Warum nicht Die ist eh schon Zwei Stufen nochmal höher Das ist nice Das gefällt mir Können wir noch Das Research machen Machen wir das Research Noch einmal Passt schon Gut Meine lieben Freunde Beim nächsten Mal Wird Gamma Tato Extrem viel Aufgesucht haben Complete Notice Achso Ne Lass mal Event Area Unlocked Jo Und da werden wir sehen Was wir beim nächsten Mal machen Wäre mein lieben Freund Ich werde versuchen Alles auf Gold zu bringen Soweit es geht Ja Das dauert natürlich eine Weile Aber da haben wir auf jeden Fall Schöne Schätze Den ersten Schatz Ich mir machen Wäre das wahrscheinlich eher Den da und den hier hinten Den ja auch Ja Das richtig Kann ich ja auch Nice Ich kann ja auch schon Machen Nice Okay Wir versuchen auf jeden Fall Das schon mal alles zu kriegen Das wird lustig werden Wir sehen uns In der nächsten Folge Von der Battlecats Miau Auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal им BistYi 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 Untertitelung des ZDF, 2020